So mancher hört schon die Alarmglocken. In der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau könnte bis 2025 jede vierte Pfarrstelle gestrichen werden. So will es ein neues Gesetz, worüber jetzt die evangelische Kirche in Hessen und Nassau diskutiert. Ich befürchte, wenn zu stark gekürzt wird, dass Ehrenamtliche überfordert sind, dass Gemeindearbeit weniger wird, dass manches auch zusammenbricht. Und das sind Dinge, die ich mir eigentlich für meine Kirche nicht wünsche. Die Zahl der Kirchenmitglieder sinkt, also muss auch die Zahl der Pfarrer weniger werden, so der Vorschlag aus Darmstadt. Das könnte aber zu einer Abwärtsspirale führen, befürchten viele, denn gerade die Pfarrer sind es, die die Menschen für ihre Gemeinde begeistern können. Wenn es nicht mehr genügend Hauptamtliche gibt, fällt das einfach weg. Dann kann es sein, dass es einfach immer weniger begeisterte Menschen in den Gemeinden gibt, weniger Zuweisungen, noch weniger Pfarrstellen. Also müssen wir sehr gut aufpassen als Kirche, dass wir uns da nicht in Abwärtstrend begeben. In Zukunft sollen die Dekanate selbst entscheiden, wie die Pfarrstellen zu verteilen sind. Dafür bekommen sie eine bestimmte Anzahl an Pfarrstellen und die orientiert sich an der Zahl der Mitglieder und an der Fläche des Dekanats. Bisher waren als Parameter Gottesdienstordne, Kindertagesstätten und anderes und da gab es dann immer wieder Ärger. Da kam eine Gemeinde, die sagt, wir haben zwar keine Kita, aber wir haben ein Altersheim, da machen wir ganz viel. Warum ist das kein Parameter? Andere haben gesagt, ah, wir haben da ein Altersheim, da machen wir viermal im Jahr Gottesdienst. Das ist doch auch ein Gottesdienstort. Und da hat man also versucht zu handeln mit der Kirchenverwaltung und das gab dann immer wieder Frust, wenn das nicht ging. Die Parameter waren einfach nicht wirklich plausibel. Für das Dekanat Dreieich in Langen hieße das, neu darüber nachdenken, wie die Pfarrstellen zu verteilen sind. Ich glaube, dass dieses neue Pfarrstellengesetz uns neue Impulse geben kann der Kooperation. Also dass Gemeinden überlegen können wir nicht mit der Nachbargemeinde stärker zusammenarbeiten, bis hin auch, dass man zusammengeht. Und trotzdem haben viele Gemeinden Angst, wenn es weniger Pfarrer gibt, leiden die Ehrenamtlichen. Die Petrusgemeinde in Langen arbeitet schon jetzt mit den Nachbargemeinden eng zusammen. Sie hat diese Angst überwunden. Die Kirchenvorstände waren am Anfang ein bisschen zögerlich, weil Fusion hört man nicht so gern und denkt dann eher, da wird uns was weggenommen. Und merken aber auch, da entsteht ja auch ganz Neues. So erlebt das auch die Stadtkirchengemeinde. Wenn Gemeinden zusammenarbeiten, kann das die Ehrenamtlichen sogar entlasten. Wir gucken, wo jede Gemeinde ihre Stärken hat. Stärken der Mitarbeiter, Stärken der Gebäude, Stärken der Ehrenamtlichen, wo sich was gut anbieten lässt. Wir können Verwaltungsoverhead reduzieren. Wenn wir nur noch einen statt vier Kirchenvorstände haben, müssen wir nicht mehrfach entscheiden. Wir können das in einem Rutsch tun. Wir können Sitzungen reduzieren und können die Zeit einfach darin einsetzen, für die Menschen da zu sein. So kann es gelingen, dass die evangelische Kirche in Hessen und Nassau nach wie vor flächendeckend präsent ist. Und Gemeinden und Dekanate müssten überlegen, wie sie sich noch besser ergänzen und unterstützen können. In den letzten Jahren ist ein gutes Klima zwischen den Gemeinden und wir haben gemerkt, wenn wir uns zusammentun, entstehen plötzlich Dinge, die Einzelne gar nicht leisten könnten. In der Jugendarbeit zum Beispiel konnten wir sogar auch eine Projektstelle schaffen, sind da neue Wege gegangen, auch in der schulnahen Jugendarbeit. Das hätte eine Gemeinde einzeln nicht machen können. Die Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau muss nun über den Gesetzentwurf aus Darmstadt entscheiden. Und dabei ist mit der Diskussion über die Pfarrstellen ganz sicher noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Bisher wird nur über die Pfarrer gesprochen und meines Erachtens auch ein bisschen zu viel. Für die anderen Berufsgruppen gibt es keine konkreten Pläne. Aber überall gilt natürlich das Problem, dass wir pro Jahr knapp ein Prozent unserer Mitglieder verlieren, damit entsprechend auch irgendwie weniger Geld haben werden. Und insofern werden auch in diesen Bereichen neue Kürzungsrunden irgendwann kommen. Die Kirche steckt in einer Zwickmühle. Das Geld wird weniger und zugleich gehen viele Pfarrer in den Ruhestand. So viele, dass trotz aller Einschnitte immer noch nicht genug junge Theologen nachkommen. Den potenziellen Nachwuchs im Fahrdienst sage ich, kommt, studiert Theologie. Wir brauchen euch, denn eine große Sorge, die wir haben, ist, dass wir zu wenig Nachwuchs haben werden. Das Geld ist, dass wir zu wenig Nachwuchs haben.